Die Geschichte der Erde lässt sich in verschiedene Epochen unterteilen. Die geologische Zeitskala gibt an, wie die einzelnen Epochen heissen, in welcher Reihenfolge sie auftraten und zu welchen Zeitpunkten sie stattfanden. Die Gegenwart befindet sich links oben. Vor rund 66 Millionen Jahren starben die Saurier aus. Die Entstehung des Lebens muss vor 3,4 bis 3,7 Milliarden Jahren stattgefunden haben. Hinweise dafür haben wir in Form von Delta-C3-10-Fingerabdrücken in Kohlenstoffrückständen, fossilen Zellen sowie fossilen Stromatoliten. Um es gleich vorweg zu nehmen, auf diese Frage hat die Wissenschaft noch keine Antwort gefunden. Dafür befasst sich die Forschung umso intensiver damit und verfolgt vielfältige Lösungsansätze auf der Suche nach einer Klärung. Später werden wir sehen, dass die bereits verfügbaren Informationen zumindest Hypothesen ermöglichen. Wie der Name sagt, sind es aber Hypothesen und keine Gewissheiten. Trotzdem ist es aufschlussreich, sich näher mit der Frage zu befassen. Denn dadurch wird deutlich, wonach man suchen muss, welche Hinweise weiterhelfen könnten und weshalb die Frage so schwer zu beantworten ist. Obwohl das Leben auf der Erde sehr vielfältig ist, besitzen alle bekannten Lebensformen fünf grosse Gemeinsamkeiten. Sämtliche Lebewesen enthalten und benötigen flüssiges Wasser. Sie haben alle die gleiche chemische Grundausstattung und bestehen aus organischen Verbindungen. Besonders relevant sind die Stoffklassen Proteine, Lipide, Kohlenhydrate und Nukleinsäuren. Alle Lebewesen befinden sich weit entfernt von Gleichgewichtszuständen. Um diesen Zustand aufrechterhalten zu können, sind sie auf eine permanente Energiezufuhr und einen Stoffaustausch mit der Umwelt angewiesen. Alle Lebewesen sind gegenüber der Umwelt abgegrenzt. In ihrem Innern herrschen ganz andere Bedingungen als in ihrer unmittelbaren Umwelt. Und sie können diese Bedingungen aufrechterhalten und steuern, was als Homöostase bezeichnet wird. Alle Lebewesen enthalten komplexe genetische Informationen. Sie können diese speichern, verarbeiten und vermehren. Leben hätte demnach entstehen können, wenn flüssiges Wasser, die richtige Chemie, eine geeignete Energieversorgung, ein isolierendes Gebilde und komplexe Informationen zur gleichen Zeit und am selben Ort vorhanden gewesen wären. Diesen glücklichen Zufall dürfte es kaum gegeben haben, denn die Wahrscheinlichkeit dafür ist äusserst klein. Der Vergleich mit dem heute lebenden Bakterium Escherichia coli zeigt weshalb. Das Bakterium ist zwar einfach strukturiert und mikroskopisch klein, trotzdem sind Millionen von Molekülen erforderlich, um eine einzelne Zelle aufzubauen. Nun kann man argumentieren, dass seit der Entstehung des Lebens und dem Bakterium hier 3,5 Milliarden Jahre vergangen sind, ausreichend Zeit, um durch Evolutionsprozesse biochemische Komplexität entstehen zu lassen. Das Argument ist berechtigt. Die allerersten Zellen waren sicher sehr viel einfacher aufgebaut als Escherichia coli hier. Die Abiogenese ist der Übergang von der Chemie hin zur ersten Biologie und dürfte mit deutlich weniger beteiligten Molekülen ausgekommen sein. Der Vergleich veranschaulicht unsere Wissenslücke gut. Bakterien sind die einfachsten, heute existierenden Organismen. Gleichzeitig sind sie so komplex, dass sie sich nicht als Modell für die ersten Lebewesen eignen. Interessanterweise macht sie gerade das zu einem wichtigen Referenzpunkt. Das erste Leben war wohl deutlich einfacher aufgebaut als die einfachsten, heute lebenden Bakterien. Möglicherweise waren die Anfänge des Lebens kaum mehr als eine Kombination von Molekülen, die gemeinsam einen noch sehr einfachen Stoffwechsel aufrechterhalten konnten. Die Komplexität der heutigen Bakterien kam erst später hinzu. Wir kennen heute alle relevanten Moleküle, die in lebenden Zellen vorkommen. Die Zutaten für Leben sind bekannt. Gibt man alle erforderlichen Moleküle in den richtigen Mengen in ein Reagenzglas mit Wasser und vermischt sie, entsteht jedoch kein neues Leben. Die Ansammlung der richtigen Moleküle erwacht nicht automatisch zum Leben. Das war wohl auch vor 3,5 Milliarden Jahren so. Die richtigen Zutaten sind zwar wichtig, offenbar braucht es aber noch mehr. Jedes Molekül für sich genommen ist tote Materie. Erst als die Moleküle in der richtigen Art und Weise durch chemische Reaktionen miteinander in Wechselwirkung traten, konnte daraus ein grösseres Ganzes hervorgehen. In einer lebenden Zelle täten die Moleküle geordnet miteinander in Wechselwirkung. Die Zelle bietet das richtige chemisch-physikalische Umfeld für die Moleküle, damit sie in einer für den Organismus geeigneten Form miteinander reagieren können. Und die Zelle kontrolliert und steuert dieses Umfeld sehr genau. Man könnte auch sagen, erst die Ordnung lässt aus chemischen Reaktionen Leben entstehen. Die Moleküle haben nicht die gleichen Freiheiten wie im Reagenzglas. Die räumliche, chemische und physikalische Ordnung in einer Zelle lässt die vielen einzelnen chemischen Reaktionen koordiniert ablaufen, so dass in der Summe die Lebensprozesse ermöglicht werden. Es genügt nicht, die richtigen Moleküle in Wasser zu lösen. Dadurch entsteht noch kein Leben. Diese Information ist wichtig. Neben der Chemie dürfte vor 3,5 Milliarden Jahren auch das Umfeld eine wichtige Rolle gespielt haben, indem die Moleküle aufeinander getroffen sind. Die hier gezeigten Moleküle sind Teil der Zelle. Nur dank diesen Molekülen lebt die Zelle. Nimmt man die exakt gleichen Moleküle aus der Zelle heraus und gibt sie in ein Reagenzglas mit Wasser, lebt in diesem Reagenzglas anschliessend nichts mehr weiter, obwohl die chemische Zusammensetzung die gleiche ist wie in der Zelle. Eine Zelle sorgt also nicht nur für die richtige Chemie, sondern auch für die richtigen Rahmenbedingungen, unter denen die Moleküle miteinander interagieren können. Erst wenn alle Bedingungen stimmen, wird aus Molekülen leben. Für die Entstehung des Lebens bedeutet das, nur am richtigen Ort konnte aus Molekülen etwas hervorgehen, das lebte. Entscheidend waren die geeigneten Bedingungen an diesem Ort. Das führt zur Frage, wo entstand das Leben auf der Erde und welche Bedingungen haben dort geherrscht. Drei verschiedene Hypothesen werden wissenschaftlich diskutiert. Zwei davon vermuten den Ursprung des Lebens auf der Erde. Der dritten Hypothese zufolge wäre es auf einem anderen Planeten entstanden und von dort auf die Erde gelangt. Die erste Hypothese favorisiert einen warmen Teich an der Erdoberfläche. Im Zentrum der Überlegungen steht die chemische Grundausstattung des Lebens. Man versucht zu verstehen, woher die notwendigen organischen Moleküle gekommen sind und wie ihre Interaktionen zu Leben führten. Den Teich denkt man sich vielleicht in der Nähe von Gewässern oder Vulkanen. Durch Verdunstung wurde der Inhalt konzentriert und reichhaltiger. Regen und zufliessendes Wasser verdünnten die Moleküle. Beides könnte abwechslungsweise und mit einer gewissen Regelmässigkeit geschehen sein. Das hätte die Chancen erhöht, dass die Moleküle irgendwann in den richtigen Konzentrationen für die Entstehung von Leben vorgelegen hätten. Der Teichinhalt wird gelegentlich auch als Ursuppe bezeichnet. Über ihre Zusammensetzung hat man relativ gute Vorstellungen. Stanley Miller und Harold Urey führten in den 1950er Jahren erste wegweisende Experimente durch. Sie simulierten die Bedingungen auf der jungen Erde und untersuchten, welche Moleküle dabei entstanden. Dafür konstruierten sie diese geschlossene Apparatur und erzeugten darin einen Kreislauf. Die zugeführte Wärme liess das flüssige Wasser verdunsten. Als Dampf gelangte es in eine zweite Kammer und kondensierte in einer Kühlvorrichtung, so dass es schliesslich als flüssiges Wasser zurück in die ursprüngliche Kammer gelangte. Das entspricht dem bekannten Wasserkreislauf auf der Erde, an dem das Meer, die Atmosphäre sowie die Kontinente beteiligt sind. Der Wasserkreislauf im Labor erfolgte in Gegenwart der Gase Methan, CH4, Wasserstoff, H2 und Ammoniak, NH3. Die Forscher vermuteten, dass die Gase in der frühen Erdatmosphäre vorhanden waren. Elektrische Entladungen simulierten die Blitze eines Gewitters. Sie bewirkten, dass die Moleküle zahlreiche chemische Reaktionen untereinander eingingen. Innerhalb einer Woche entstand eine reichhaltige Mischung aus verschiedenen organischen Verbindungen. Die Konzentration der entstandenen Moleküle war so hoch, dass sich die Lösung rotbraun verfärbte. In der Lösung liessen sich auch Aminosäuren nachweisen. Das sind die Bausteine, aus denen lebende Zellen Proteine bilden. Ein Kritikpunkt am Miller-Jury-Experiment ist die gewählte Gasmischung. Sie ist möglicherweise zu stark reduzierend. Die frühe Atmosphäre der Erde könnte mehr Stickstoff und Kohlendioxid enthalten haben und aufgrund von Vulkanismus zusätzlich Schwefelwasserstoff, Kohlenmonoxid und Schwefeldioxid. Wiederholt man das Experiment mit diesen Gasen, bildet sich eine grössere Vielfalt organischer Moleküle. Besonders interessant ist, dass nun zusätzlich Nukleotide darin enthalten sind, die Bausteine der DNA und RNA. Auch Experimente mit verschiedenen weiteren Gasmischungen ergaben organische Moleküle. Das macht die Idee von Miller-Jury zur Herkunft der Bausteine des Lebens relativ robust. Selbst wenn wir die genaue Zusammensetzung der frühen Atmosphäre nicht im Detail kennen, ist sie zumindest ein plausibler Hinweis, woher die Moleküle in der Ursuppe hätten stammen können. Ob es tatsächlich so abgelaufen ist, wissen wir aber nicht. Meteoriten sind eine weitere Möglichkeit, wie die Bausteine des Lebens in die Ursuppe hätten gelangen können. Genau genommen ist es eine bestimmte Gruppe von Meteoriten, die koligen Chondriten. Kolige Chondriten sind Gesteinsmeteoriten, die bis zu 4% organischen Kohlenstoff enthalten. Drei Viertel des Kohlenstoffs ist in grossen Makromolekülen gebunden. Diese Substanzen sind mit Teer vergleichbar und biologisch unbedeutend. Der restliche Kohlenstoff ist in kleineren organischen Molekülen enthalten, wie Aminosäuren, Alkoholen, Aldehyden, zuckerähnlichen Verbindungen, Thymin, Urazil und Purinen. Manche dieser Verbindungen können von lebenden Zellen erzeugt oder als Nahrungsquelle verwendet werden. Einige der gefundenen Aminosäuren sind Bausteine von Proteinen und die Basen Thymin und Urazil sind Bestandteil der DNA bzw. RNA. Bei der Entstehung unseres Sonnensystems verband sich der grösste Teil der vorhandenen Materie und bildete die Sonne mit den Planeten. Einige der Brocken aber blieben übrig. Im Weltraum gut konserviert umkreisen sie seither die Sonne. Dazu gehören die koligen Chondriten. Fällt einer davon auf die Erde, öffnet sich ein Fenster in die Vergangenheit. Die hier gezeigten Meteoriten sind solche Glücksfälle. Ihre Zusammensetzung gibt Auskunft, welche Substanzen während des Late Heavy Bombardments auf die junge Erde gelangten. Die erste Hypothese vermutet die Wiege des Lebens in einem warmen Teich an der Erdoberfläche. Für diese Hypothese spricht der potenziell leichte Zugang zu organischen Molekülen. Ihre Stärke ist es, dass sie zwei plausible Wege vorschlägt, woher die Bausteine des Lebens gekommen sind. Sie wären in der Atmosphäre entstanden oder durch kolige Chondriten auf die Erde gelangt oder beides zusammen. Regen hätte sie ausgewaschen und in stehenden Gewässern angereichert. Verdunstete ein Teil des Wassers wäre ihre Konzentration gestiegen. Weniger klar ist bei der Teichhypothese hingegen, wie aus dem Molekülcocktail schliesslich Leben hervorgehen könnte. Beidee 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 Leine